Wir haben noch ein paar Übungen vor uns. Hier sehen wir mit der Nummer 406 Patrick Correa aus dem brasilianischen Team. Hier ein Doppel-Doppel. Doppelsalto mit Doppelschraube. Schraube, Doppelsalto gehockt. Muss er leider einen Sturz in Kauf nehmen. Er hat nicht genug Rotation beim Doppelsalto. Zugahara rückwärts, genau in Stand. Doppelschraube rückwärts. Keiner Hüpfer nach vorne. Eilusten wenden. Aufgelöst in den Spagat. Japaner Handstand. Zweieinhalb Schraube, Strecksalto. Rettet er gut. Zweieinhalb Schraube sah etwas steil aus. Aber gut reagiert von ihm. Jetzt die Abgangsbahn. Doppel-Twist. Da bleibt er schön klein. Tief, aber in Stand. Und bombt das Ding noch in Stand. Und währenddessen haben wir hier... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020